Ameisen leben in einem Erdhügel, den sie selbst errichten. Die Ameisenkönigin legt die Eier. Eine Arbeiterin trägt die Eier in eine andere Kammer. Hier schlüpfen nach vier Wochen aus den Eiern kleine Larven. Diese werden von den Arbeiterinnen gefüttert und gepflegt und schließlich in eine andere Kammer gebracht. Die Larven spinnen sich in einen Kokon ein. Diese Puppen brauchen kein Futter mehr. Nach zwei bis vier Wochen schlüpfen schließlich die fertigen Ameisen aus ihrem Kokon und der Zyklus beginnt von vorn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017